Was hat die Polizei heute in Frankfurt Tränengasgranaten oder CS-Gasgranaten? Nein, wir hatten mehrere gewalttätige Aktionen im Stadtgebiet und unter anderem wurde da auch Pfefferspray seitens der Polizei eingesetzt. Aber nicht in Form von verschossenen Granaten? So etwas haben wir nicht. Okay, und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass ich das fotografisch festgehalten habe, wie Ihre Einheiten Tränengas verschießen mit Tränengaskanatwerfern, haben wir nicht. Aber ich habe es fotografiert. Ich habe es fotografiert. Vielen Dank.